Anfang Oktober, es wird kälter, die Blätter färben sich bunt und auch die Radsportstraßsaison neigt sich langsam dem Ende zu. Wie gut, wenn es da ein geiles Rennen gibt, was einen auch hinten raus im Training nochmal richtig motiviert. Das Schwabacher Stadtparkrennen, jetzt schon seit vielen Jahren traditionell ausgetragen vom RC Herpersdorf, ist genau so ein Rennen und für mich jetzt schon das dritte Jahr in Folge einfach ein mega Saisonabschluss der Straßensaison. Mein Rennen, das Amateurrennen, ist zwar heute erst um 14 Uhr, bis dahin ist aber noch jede Menge Programm geboten, deswegen bin ich von zu Hause mit dem Rad schon ein bisschen früher losgeradelt, damit ich davon auch noch so viel wie möglich einfangen kann. Los geht's um 10 Uhr mit den Schülerinnen und Schülern in der U11 und der U13, gefolgt vom U15 und U17 Rennen um 10 Uhr 30. Also, auf geht's, den Startschuss wollen wir schließlich nicht verpassen. Achtung Fahrer, fertig, ab! Genau, die U11 bleibt stehen. Achtung Fahrer, fertig, ab! Und wir gehen in die erste Prämienrunde der U15. Wir haben gleich die erste Abnahme der ersten Prämien und die ersten fangen in der Sprinten an. Es ist eine erste schnelle Runde und wir sehen ein wunderbares, schönes Feld von der U17, endlich weit weg und da wird um die ersten 30er Sprinte B42, 47. So, die Schülerrennen sind durch. Als nächstes starten die Masters 2 bis 4. Da sind einige RCR Herpersdorfer stark vertreten. Ich glaube, dass man auf euch rücksichtigt. Das ist die Grunde von drei, drei, zwei, zwei, eins, Dornstadt, auf geht's! Und ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, um einfach mal eine Runde hier, um den Rundkurs zu spazieren und uns die einzelnen Kurven ein bisschen anzuschauen. Das Masters Rennen neigt sich langsam bis zum Ende. Das Masters Rennen neigt sich langsam bis zum Ende. Und hier ist einer ganz weit vorne, das ist die A von U15. So, das Masters Rennen neigt sich so langsam bis zum Ende zu. Als nächstes steht dann das Jedermann Rennen auf dem Programm. Da sind auch wieder einige RTHler vertreten. Ja, und so langsam kommt außerdem richtig Stimmung auch an der Strecke auf. Ich bin mal gespannt, wie es dann heute Nachmittag beim Elite-Frauenrennen ist und natürlich beim KT-Elite-Amateurrennen der Männer. Das sind ja doch dann immer an so einem Renntag eigentlich die Highlights. So langsam muss ich mich allerdings auch für mein eigenes Rennen wahrmachen. Deswegen kommt die Kamera jetzt dann erstmal wieder weg. Den Start der Frauen werde ich deshalb vermutlich verpassen. Muss ich mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, da noch was abzufilmen. Dann wäre es schon eigentlich ziemlich cool. Schließlich ist es ja durchaus was Besonderes und Fortschrittliches, dass die Frauen da ein eigenes Rennen bekommen. Das ist definitiv nicht bei jedem Rennen der Fall. Sonst werden die ja oft irgendwie bei den Masters noch mit untergebracht oder so. Insofern schon ziemlich coole Sache. Die Sorgen waren völlig unbegründet. Denn wie sich dann herausgestellt hat, hatte ich den Zeitplan ein bisschen falsch im Kopf. Und nach unserem Rennen war nicht direkt der Start des Frauenrennens, sondern noch das Laufrad und das Bobbycar Rennen. Aber selbst dafür hat die Zeit locker gereicht, dass ich da noch ein bisschen was film. So, mein Rennen ist jetzt auch soweit durch. Lief auch richtig gut, habe Bock gemacht. Teilweise sogar in die Wertung reingefahren. Und hinter mir heizen jetzt hier gerade schon die Frauen rum. Wir haben sogar hier Worldtour-Beteiligung, zwei Worldtour-Fahrerinnen mit dabei. Also richtig cooles Rennen. Macht mega Bock, da zuzuschauen. Und ja, da werde ich mir jetzt irgendwo noch einen leckeren Burger holen. Die Kuchenausgabe und der Grill laufen auf jeden Fall auf Hochtouren. Stimmung ist richtig gut. Werde mich irgendwo hinsetzen und gemütlich noch die beiden Rennen schauen. Jetzt noch das Frauenrennen zu Ende schauen. Und dann natürlich auch das Rennen der KT-Fahrer und Elite-Amateure. An der Stelle muss man auch einfach mal sagen, das ist echt Wahnsinn, was hier die Helfer so auf die Beine stellen vom RC Herpersdorf. Ob das jetzt die Leute an der Nummernausgabe sind, die Organisation im Vorfeld, Streckenposten, Grillkuchenausgabe, Kuchenbacken. Also wirklich Wahnsinn, kann man gar nicht alles aufzählen, was da alles nötig ist, um so eine Mega-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und ja, würde ich sagen, oder muss ich sagen, bin ich echt jedes Mal beeindruckt, wie das dann funktioniert. Also sehr, sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Der Burger schmeckt auf jeden Fall überragend. So kann man definitiv die Saison ausklingen lassen. Insofern dicke Empfehlungen und Vormerken fürs nächste Jahr. 3.10. Schwabacher Stadtparkrennen. Vielen Dank für die Organisation an den RC Herbersdorf. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und Liken des Videos. Wie immer, euch eine schöne Woche. Gebt Gas, auch in der Offseason. Und auch wenn es heute nicht viel mit Pararadsport zu tun hatte, Pushing Paracycling. Einfach aus Prinzip. Ich bin Mäken, y'all believe it. Remember my name. Wir sind nicht die same. Real since day one and I ain't gonna change. So remember my name.